ADHS, eine reine Kinderkrankheit, so die gängige Meinung. Aber das stimmt nicht. Auch etwa 5% der Erwachsenen sind betroffen. Nur weiß das kaum jemand. Vasiliki Ioannou aus Koblenz leidet in der Schulzeit an Stimmungsschwankungen, Impulsivität. Konzentrieren kann sie sich kaum. Diagnose gibt es damals keine. Ausgewachsen haben sich die Probleme auch nicht. Meine Leidenschaft ist Fußball, war es schon immer. Und es kommt so oft vor, dass ich mich schwer konzentrieren kann am Anfang, dass ich lang brauche, bis ich ein Spiel reinfinde, bis ich dann wirklich auch jeden Ballkontakt verfolgen kann. Oder es kommt vor, wenn ich abschalten will und ich suche mir einen Film raus, aber in meinem Kopf ist wieder Gedankenflut und Gedankenchaos, dass ich dann wirklich 20 Mal manchmal zurückspulen muss. Der Koblenzer Psychotherapeut Jörg Dreher behandelt viele Erwachsene mit ADHS. Er weiß, das Krankheitsbild ist komplex. Der klassische ADHS-betroffene Mensch macht ja viele Fehler, schiebt alles auf und tut Dinge, die er nicht tun sollte. Aber nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel ADHS-Menschen, die im Büro bekannt sind, dass sie sehr genau, sehr regelorientiert und perfekt sind. Und aber wenn sie um vier, um 16 Uhr nach Hause kommen, sozusagen zu Hause gar nichts mehr organisiert kriegen, völlig im Chaos untergehen. Wie wird ADHS bei Erwachsenen diagnostiziert? Es gibt Belege, dass bei ADHS-Patienten Hirnareale, die unter anderem für die Verhaltenssteuerung zuständig sind, anders arbeiten. Die Nervenbotenstoffe Dopamin und Noradrenalin, die unter anderem die Motivation und Konzentration lenken, liegen an den Stellen, an denen sie gebraucht werden, nicht ausreichend vor. Das wird bei Erwachsenen aber kaum erkannt. Die Betroffenen bekommen immer mehr Probleme. Ich hatte so viele Störungen und war so oft in Kliniken und da war ich immer akut. Ich wurde akut aufgenommen und dann wurde immer das behandelt, weshalb man gerade in der Klinik war. Ob es jetzt Depressionen war, ob es Angststörungen war, ob es die Alkoholabhängigkeit war. Aber ich habe immer gewusst, da ist noch was. Das ist kein vollständiges Puzzle, da fehlt noch was. Es ist ein langer Weg, bis Vasiliki Ioannou erfährt, dass sie ADHS hat. Eigentlich wäre die Diagnose kein Problem, wenn der Patient zu einem erfahrenen Therapeuten kommt. Wenn er dann vielleicht schon seine versicherten Karte zu Hause liegen lassen hat oder die Fragebögen vergessen hat oder wenn er sich im Stuhl sehr lebhaft bewegt als ein ADHS-betroffener Mensch, ist manchmal ganz augenfällig von ADHS betroffen. Wichtig, ADHS ist in der Regel vererbt. Und jeder Erwachsene hatte auch als Kind schon ADHS. Manchmal ist das aber nicht aufgefallen. Was kann man gegen ADHS unternehmen? Die Behandlung besteht zum einen aus der richtigen Medikation, die regulierend ins Botenstoffsystem des Gehirns eingreift, zum anderen aus einer therapeutischen Begleitung. Also es ist ein ganz wichtiger Prozess, ist die Versöhnung mit sich selbst. Das heißt, mit ADHS-betroffenen Menschen wird das ganze Leben lang vom Babyalter aufwärts ganz, ganz häufig geschimpft. Die werden ganz, ganz häufig abgewertet. Und das nehmen die dann in sich auf als schlechtes Selbstwertgefühl. Und in der Psychotherapie ist es ganz wichtig, dass dort ein Heilungsprozess entsteht. Vasiliki Ioannou wird mittlerweile therapiert. Erste Erfolge wurden schnell sichtbar. Ich kann mich jetzt wirklich deutlich besser konzentrieren. Das ist für mich ein Segen. Also das ist für mich wirklich ein Segen, dass ich mich lange konzentrieren kann. Wichtig ist aber auch, dass nicht alle Menschen an ihrer ADHS leiden. Im Gegenteil, auch viele erfolgreiche Menschen haben ADHS. Einige hatten vermutlich nur deswegen so großen Erfolg, weil ihre ADHS sie zu Höchstleistungen angetrieben hat. Wie kann das sein? Wenn man eine Förderung, Coaching, eine günstige Umgebung hat, wenn man genau das studiert, wo man viel Leidenschaft damit verbindet, dann kann ein ADHS-Betroffener ganz, ganz viel im Leben erreichen und zustande bringen. Fazit Auch wenn es Menschen gibt, die trotz oder wegen ADHS erfolgreich sind, in der Regel ist die Störung für Erwachsene ein sehr großes Problem. Würde ADHS schneller erkannt werden, könnte ihnen viel Leid erspart bleiben. Das ist für mich ein Segen.